Wir werden jetzt die Größe das Ziel anfliegen und immer wieder hinter ihnen bleiben. Quasi Station von Medicopter 117, bitte kommen. Übermachtbegriffsung für die Leute zu hören, was wir heute machen. Wie kann das denn? Ich film dich. Wir sind heute wieder unterwegs. Heute außergewöhnliche Folge beim Bahnhof 46 hinter der Kamera. Ich am Steyr, hinter uns der Medicopter 117, da sitzen drinnen der Darks und Jason King. Wir fahren heute nach Salzburg, ein ganzes Wochenende, Buch Maxi fahren. Wir haben einen Helikopter Umflug bekommen mit Führung im Hangar 7 und was weiß ich was alles. Und da wird sie jetzt dabei sein. Also wir treten euch mit. Wenn uns da die, die filmen lassen. Wenn uns da die, die filmen lassen. Kameraverbot, glaube ich, steht nämlich überall drinnen. Das gilt nicht für uns. Jawohl, wir starten. Let's see go. 117 Alter, wir haben das richtige Hotel erwischt. Das gibt's ja gar nicht. Was wird das, wenn's fertig ist? Wir kommen an und sehen gleich mal einen Haufen Maxis da stehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das mir auch nicht ganz zuteilen, was da los ist. Ehrlich gesagt, ein Schleifpapier hat einen Kerbel hinten drin, eine Zehnerraschen. Ja, ich glaube, da können wir uns da gerne mit annehmen, oder? Können wir uns da was mitnehmen? Wie schaut's da aus? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das genau passend ist für uns. Ich kann nicht mitnehmen. Ich schau gerade, was bei meinem Roller alles fällt. Achso, der Roller ist auch da. Ich scheiß mich auch. Also ich glaube, Hotels sind mit dem richtigen Aukommen, oder Dax? Was sagst du? Jason King Manager. Das Management von Jason King ist heute mit dabei. Jason King ist leider verhindert. Kann jetzt da nicht mitmachen bei diesem Ausflug. Deswegen habe ich gesagt, ich übernehme das für ihn. Ja. Ja, was tun wir da? Das Moppet fahren. Wir sind da richtig. Unsere Moppet sind nicht einmal in den Ausflug. Max ist da. Ich würde sagen, wir schauen eine einmal und schauen. Wir werden jetzt einmal einschauen und fragen, wem dieser Gefährte da gehört. Vielleicht haben wir einen Bromibonus oder so. Vielleicht eine Nacht gratis. Was für einen Bromibonus? Wir werden jetzt einmal die Maxis outchecken, oder? Jawohl, machen wir es. Scheiße. Das ist ein Junior-Sülder, oder? Juniorer. Was ist Nachbar erst? Nachbar? Nachbar. Nachbar. Der Alte ist nicht bei mir. Lass mich in Ruhe. Der Alte ist nicht bei mir. Lass mich in Ruhe, der Alte ist nicht bei mir. Alles vorweg. Wie schaut es aus? Sind wir da an der Bahn? Wir machen ein kleines Paar. Was ist das für ein hässliches Entlein? Das Entlein ist auch nicht grauer. Bitte fünfmal Berliner Luft. Die Bode Enten müssen weg. Nicht botzen, wir haben das Hotel schon verlinkt. Alter, nicht zu viel. Das ist ja kein Gurkiewasser. Ein Eselsschwanz. Die Bode Enten müssen weggehen. Das ist mein Gott. Alter, wie du schon bist, ist das extremst isch. Schau, was ich heute sag. Das gab es nicht. Das ist nicht gar nicht. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Ich bin einer wieder ein. Komm mal wieder. Das was you hear and heard. I am Meick spam. I should know you this word. I need to know you all. I need to know you all. I need to know you. See you. See you. I need to know you. See you. See you. See you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 . 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 Super, das ist ein Redmatch, ne? Süß! Es ist toll! Eier! 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 Eier, das ist ein Gefühl mehr. Eier! Eier! Ailspull haben wir da mit ab. Es ist Zeit zum haben vom Banbanen. Auf jeden Fall. Reitz jetzt. Ja, extrem. Das schönste was es immer gibt ist weg rammen. Fuß hei rammen. Kannst du jetzt die Schwierigkeiten von den Unternehmen erklären? Vom hei rammen? Ja. Wenn du in einer Position wie ich bist, erramst nichts. Los durch den Schnee und beim nächsten Mal kaufst du alles neu. Jetzt haben wir das auch mal auf die Kamera. Was sagt euch der Junius, wie würdet ihr den einen Bericht erwähnen? Das würde ich meinen Bericht erwähnen. Welcher Bericht? Erwähnen Sie das bitte nicht mit dem Bericht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.